Heute gab es ähnlich wie hier in Augsburg von früh bis spät strahlenden Sonnenschein, also nochmal tolles mildes Frühlingswetter zum Genießen. Am Freitag, den 20. März, starten wir auch kalendarisch in den Frühling. Aber so langsam wird das Wetter wechselhaft und auch kühler. Denn am Rande dieses Hochdruckgebiets über den britischen Inseln kommt aus Norden jetzt so langsam immer kühlere Luft zu uns. Also dem Frühling geht so langsam die Puste aus. Wir haben eine Kaltfront quer über Deutschland liegen. Und auch über den Bergen wird es so langsam etwas nasser. Wir starten in den kalendarischen Frühling am Freitag in der Südhälfte, aber noch sehr sonnig mit wenigen Wolken. Ganz anders im Norden hier haben wir die dichten Regenwolken. Und diese Front kommt im Laufe des Tages nur ganz langsam weiter nach Süden voran. Und ebenso bilden sich im Süden von Deutschland Quellwolken. Freundlicher wird es dann hinter der Front an den Küsten. Am Freitag ist es im Süden von Deutschland noch trocken. Aber im Laufe des Mittags und Nachmittags bilden sich besonders über den Bergen Schauer und eben auch einzelne Gewitter. Also es wird ein bisschen turbulenter beim Wetter. Zunächst starten wir aber mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Die werden eben im Tagesverlauf immer dicker. Und dann kann es besonders Richtung Alpenrand, Schauer und einzelne Gewitter geben. Und auch hier rund um den Main haben wir dichtere Wolken mit etwas Regen. Die Temperaturen werden aber nochmal sehr frühlingshaft. Bis zu 20 Grad sind drin. Und besonders in den östlichen Landesteilen von Oberbayern gibt es viel Sonnenschein. Später von Westen und Südwesten immer mehr Schauer und teils kurze kräftige Gewitter. Aber dennoch auch unter den Schauern und Gewittern werden 17 bis 18 Grad erzielt. Am Freitag starten wir auch in München. Sehr, sehr sonnig und trocken. In der Nähe von Flüssen und Seen gibt es ein bisschen Frühnebel. Der löst sich aber schnell auf und die Werte gegen 9 Uhr liegen meist so zwischen 4 und 6 Grad. Auch nachmittags gibt es nochmal eine ordentliche Portion Sonnenschein. Ein paar harmlose Quellwolken, das bei Höchstwerten von 18 oder sogar bis zu 20 Grad im Stadtzentrum. Ja, von solchen Temperaturen müssen wir uns am Wochenende definitiv verabschieden. Es ist ziemlich wechselhaft mit Regen Richtung Sonntag auch sogar Schnee. Denn die Temperaturen, die gehen weiter bergab. Am Samstag sind noch zweistellige Werte drin. Dann auch zu Beginn der neuen Woche meist einstellige Höchstwerte.